Lukas handelt online mit Möbeln und Haushaltsgroßgeräten. Er weiß, dass zufriedene Kunden und deren Weiterempfehlungen die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg im hart umkämpften Onlinehandel sind. Deshalb vertraut Lukas seine Ware und damit die Zufriedenheit seiner Kunden dem Hermes Einrichtungsservice an. Im Bereich Zwei-Mann-Handling, also der Lieferung von großen und schweren Waren wie Sofas, Schränken, Waschmaschinen und TV-Geräten, ist der Hermes Einrichtungsservice, kurz HES, das führende Logistikunternehmen Deutschlands. Die HES Zwei-Mann-Teams beliefern jedes Jahr mehr als 4 Millionen Privathaushalte. Und dass die Zufriedenheit mit Lieferung und Service durchgängig gegeben ist, überprüft der TÜV Saarland regelmäßig durch die Befragung tausender Warenempfänger. Bereits zum dritten Mal in Folge bekam HES hierbei die Note sehr gut. Lukas ist begeistert davon, wie reibungslos und flexibel die Zusammenarbeit mit HES funktioniert. Von Anfang an wurde er kompetent und ausführlich beraten. Alle Fragen zum Warenversand und zum Onlinehandel konnte ihm sein HES-Berater beantworten. Grundlage für diese unkomplizierte Zusammenarbeit und das tägliche Erledigen aller Versandaufgaben ist Hermes Port, das innovative Logistikportal für das Hermes-Zwei-Mann-Handling. Mit seinem persönlichen Hermes Port-Zugang kann Lukas Abholungen und Versendungen beauftragen, den Status aller Aufträge jederzeit nachverfolgen und er hat immer den vollen Überblick über sein Versandaufkommen und seine Logistikkosten. Die ganz großen Versandhändler, aber auch viele kleine Online-Shops, bauen beim Versand ihrer großen und sensiblen Waren auf HES. Denn unabhängig von der Versandmenge bietet HES eine passende Abwicklungslösung. So auch für Lukas. Ob 100 Sendungen pro Woche oder eine Sendung im Monat spielt keine Rolle. HES holt die Ware pünktlich und zuverlässig bei Lukas oder direkt beim Hersteller ab. Schnell geht es weiter zum zentralen Hubbetrieb. Wenn er möchte, kann Lukas die Ware auch selbst zum HES-Hub bringen oder eine Spedition damit beauftragen. Im Hub angekommen, wird die Ware dann sofort auf Transporte für die mehr als 50 HES-Depots in Deutschland und den Nachbarländern Österreich, Schweiz und Niederlande verladen. Auf Wunsch kann Lukas deutschlandweit die Auslieferung in 48 oder sogar 24 Stunden beauftragen. Früh am nächsten Morgen bekommen die Depots die Ware und sorgen für eine zuverlässige und sichere Lieferung an Lukas Kunden. Die Zwei-Mann-Teams tragen die Bestellung selbstverständlich bis zum Verwendungsort. Doch damit nicht genug. Lukas kann seinen Kunden noch viele weitere praktische Services anbieten. Vom Anschluss der Waschmaschine über den Aufbau des Kleiderschranks bis zur Entsorgung alter Möbel und Geräte. Dank der kompetenten HES-Zwei-Mann-Teams sind seine Kunden rundum bestens versorgt. Für Lukas läuft also alles rund. Und sein Shop bekommt gute Bewertungen. Vertrauen auch Sie auf die Zwei-Mann-Teams des Hermes Einrichtungsservice.